Hallo Leute, mein Name ist HZC und willkommen zurück zu Warptorio, zur Weihnachtsfolge. Zumindest, wenn ich richtig gerechnet habe. Wir sind dabei, Wasser anzuschließen. Und, ähm, machen wir das mal noch so, weil in der heutigen Folge geht es darum, äh, ja, die Förderer in den Untergrund zu bringen und das Ganze sauber zu versorgen. Ähm, aber ich denke, bevor wir das angehen, äh, mache ich eine Runde, denn dies ist ein Wüsterplanet, äh, sprich, die, äh, die, äh, Verschmutzung breitet sich schnell aus und, äh, wir wollen ja nicht, dass wir gleich von Aliens überrannt werden. Die schnelle Feierarte ist nun auch durch, dann können wir uns, äh, noch ein paar anderen Forschungen widmen, äh, ich hoffe zumindest, dass wir genügend Fläschchen Anliegen haben, äh, so dass die Forschung nicht ins Stocken kommt. Wir werden auch Öl brauchen, denn ich habe festgestellt, dass unsere Tanks leer sind. Aber eins nach dem anderen. Okay, Laufgeschwindigkeit ist auch durch, äh, und ich denke, wir machen da mit dieser Forschung weiter für einen weiteren Beaconslot im ersten Untergeschoss und wir gehen hier runter, denn es ist an der Zeit, hier etwas aufzubauen. Wie viel haben wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ich denke, das reicht. Und dann das Gleiche auf dieser Seite auch noch. So viel. Hier auf einer Seite werden wir Kupfer machen, auf der anderen Seite Eisen. Und ich brauche mehr Greifarme und wahrscheinlich auch ein paar Förderbänder hier. Und dann können wir so richtig loslegen. So. Das brauchen wir dann nicht mehr. Hier geht's raus. Wir brauchen natürlich etwas Strom. Das Ganze müssen wir hier in die Mitte verbinden. Und hier auf dieser Seite dasselbe. Und den Eisen, was wir hier rausbekommen, das werden wir dann erst mal aufteilen. Denn aus dem Eisen wollen wir auch noch etwas Stahl machen. So. Und da brauche ich vielleicht Ja, machen wir Öfen. Und dann hätte ich auch noch gerne ein paar Metall Metall Stahlkisten zwei, drei, 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 vier, fünf. Ähm. Die kommen mal hier hin, dann hier eine Ausladung. In etwa so. Und dann packen wir das hier nach oben. Hier auf dieser Seite Ähm. Ähm. Genau so. Ausladung. Mitte. hier ran und 24 dann hier auf dieser seite auch noch was vielleicht hier nur drei stahlkisten weil stahl unendlich wertvoll ist machen wir hier und wir werden das irgendwann umbauen müssen hier oben werden wir strom brauchen und natürlich hier hinten voila dann nehme ich mal die beiden harvester und dann gehen wir schauen wo wir denn nun die erze herbekommen wir haben hier ein kopferfeld da ein eisenfeld da unten ist schon wieder die kohle ausgegangen das reicht nicht und wir brauchen den linken da ist ja das was wir wo wir die kupfer drauf haben einen nach außen denn dann dann können wir hier von außen noch was ran führen und wir brauchen strom und wir sollten wahrscheinlich auch hier hier außen rum die türme platzieren sehr schön und dann der zweite den platzieren wir auf dem eisenfeld und ein paar bäume im weg und ein paar bäume im weg aber wir brauchen ja sowieso ähm wir brauchen sowieso äh wir brauchen sowieso äh holz ähm und ach ja ähm ich bin wegen in hier gekommen brauche ein paar förderbänder bis jetzt mit dem hier aus bis jetzt mit dem hier aus ja da lege ich doch mal 200 nach von jeder farbe und dann zwei stockwerke nach unten einmal nach rechts ähm und dann machen wir das so und so 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 und auch hier an den ecken machen wir türme hin und dann können wir hier auch platzieren und hier das reicht auch schon aus bis äh hier nach hinten ähm dann können wir hier sowas machen um das ganze gleichmäßig auf dem band zu verteilen äh und hier brauchen wir selbiges wunderbar und wir haben hier oben die materialien die wir brauchen für die weiterverarbeitung sehr gut sehr gut wie sieht's denn mit der energie aus ja da kommen wir in die größenordnung von unseren grenzen äh sprich wir müssen auch schauen die wir von hier oben kohle nach unten bringen das machen wir von dieser seite ähm und ich brauche da einfach mehr förderbänder da habe ich jetzt einfach mal hier hier äh da mache ich dann noch sowas hin hier äh da mache ich dann noch sowas hin entweder haben wir dann was von oben oder von unten momentan glaube ich von unten momentan glaube ich von unten hier dann die äh die förderer auch wieder abbauen ähm bevor wir gehen denn sonst bleiben die stehen die harvester die können wir eigentlich stehen lassen denn äh wenn wir die nicht abbauen dann landen sie einfach wieder unten im keller und wir können sie nochmals nochmals holen so 1 2 3 4 5 5 5 so das ist angeschlossen damit sollten dann auch unsere Energieversorgungsprobleme zumindest für das erste mal erledigt sein wenn wir schon hier im keller sind dann können wir das ganze auch richtig machen und auch von dieser seite kohle anschließen falls wir kohle von oben holen oder von dieser seite machen wir hier noch ein band rüber und dann ein paar schmelzen hier rüber um stein zu schmelzen und das werden wir dann hier in der mitte runterbringen wir hier nur noch etwas strom und hier sind wir natürlich auf einer insel aber ich denke wir sollten dann hier auch noch sicherstellen dass wir von unten stein bekommen nun da wir den nächsten beacon geforscht haben sollten wir uns vielleicht darum kümmern dass wir hier im keller etwas mehr ähm platz bekommen so dass wir dann unsere ganze äh fläschchenproduktion da auch nach unten verlegen können die zeit auf diesem planeten neigt sich dem ende zu und weil wir äh mit kohle bereits ziemlich gut eingedeckt sind äh packe ich zuerst mal die kohle zusammen denn hier sind wir voll und äh hier sind wir nicht ganz voll äh aber dann müssen wir auch unsere zwei äh plattformen äh einpacken wir könnten sie stehen lassen aber dann muss ich sie nächstes mal wieder im keller ausgraben ähm und ich denke wenn wir sie so äh einpacken tun wir uns leichter und wahrscheinlich ist mein auto jetzt da auf der plattform stehen geblieben und und ich muss meinen weg zu fuß fortsetzen aber nächstes mal ja hier sehen wir äh da staut sich das äh die äh das eisenerz bereits auch und äh nächstes mal äh können wir dann wirklich darauf fokussieren hier diese forschung und die nächste forschung abzuschließen so dass wir äh mit unseren mit unserer flaschenproduktion in den keller umziehen können äh und äh äh so den äh den nächsten schritt äh erreichen hier in warptorio aber wie gesagt das passiert in der nächsten folge also bis dann und tschüss bis